So, da bin ich mal wieder zurück mit was ganz anderem, nämlich, ich habe nämlich in den Kommentaren öfters gelesen, lad doch mal einfach ein Gameplay hoch, dann hatte ich auch so den Gedanken, man könnte ja eigentlich mal wirklich mit jedem Skin, den ich im Shop, ach, jeden Skin, den ich im Shop habe, guten Morgen, mit jedem Skin, den ich im Spint habe, einfach mal einen Sieg holen, aber ich will natürlich nicht 3 Kills zeigen oder sonst was, ich nehme das Ganze auch nicht immer direkt auf, ich wollte das Ganze dann eigentlich über die Aufnahmefunktion machen von Fortnite selber, das hat aber nicht so ganz funktioniert, denn die werden auf einmal trotzdem gelöscht, obwohl ich sie gespeichert habe, also ihr habt schon am Sound mehr gesehen, es wurde natürlich ein epischer Sieg, es waren glaube ich 12 Kills, irgendwie so in der Richtung, Luca, schöne Grüße gehen raus, ich weiß, ich kriege anscheinend einfache Lobbys, liegt vielleicht daran, dass ein bisschen Skill-Based Matchmaking am Start ist, aber gucken wir uns die Kills einfach mal ganz entspannt zusammen an, war eigentlich eine lustige Runde, aber davon habe ich halt wirklich mehrere, wird zwar nicht immer ein Sieg, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ich bin hier in Stronghold gelandet, einfach nur wegen grauer Aufgabe, XP, ihr wisst ja, ich stehe kurz vor Level 225, ja, da hatte ich keine Munition mehr, da kriege ich das anders hin, so, ich sage ja, die Wiederholungsfunktion ist nicht gerade die beste, finde ich, denn man sieht einfach nicht die Items, die man hat, aber ich würde sagen, quatsch mir auch nicht viel, gehen wir direkt zum zweiten Kill über, ich probiere das hier mal so ein bisschen zu steuern, so, dann seht ihr nämlich auch, wie viel Leben ich habe, und ihr seht ja, ich gehe auch in die großen Städte, also so ist ja nicht, ihr wisst, ich bin nicht der beste Fortnite Spieler, aber so ein bisschen was würde ich behaupten, kann ich schon, aber nur so ein bisschen, überhaupt der Baumeister, und, ups, ja, das sehen wir auch manchmal in den Custom Games, ihr kennt das, so, hier braucht ihr auch nur ein bisschen vorzuspulen, nämlich der nächste Kill kommt nämlich direkt, bam, bam, ja, den Devil von Walking Dead musste ich mir einfach gönnen, so, mal gucken, was er hinkriegt, naja, da habe ich gemerkt, er kommt nämlich von hinten, und ihr seht, ich habe mal die MP benutzt, es geschehen noch Zeichen und Wunder, ich benutze die MP, nicht nur stur, auch Pump gegangen, und da war auch schon der dritte Kill, ich muss halt jetzt immer gucken, ein bisschen, wo ist die Kills, ah, da kommt schon direkt der nächste, zack, machen wir das so, ja, da habe ich ihn gesehen, jetzt kommt wieder, Achtung, mein Aim, ja, der sitzt noch, da, keine Ahnung, wo ich ihn geschossen habe, habt ihr gesehen, was ich gemacht habe, ich habe die Pump benutzt, und habe direkt die AR benutzt, das ist nämlich immer mein großer Fehler, den ich mache, so im Spiel, ich versuche dann immer mit der Pump, einfach den zweiten Schuss zu machen, so, gehen wir auch direkt zum nächsten Kill über, zack, so, es war hier nochmal, ihr wisst selber, man vergisst so schnell, wie man die Kills damals gemacht hat, ah, ich erinnere mich, das wird nämlich Kill Nummer 5, zack, so einfach ist das Spiel, das ist Fortnite, Fortnite, wie man es noch von früher kennt, so, und denkt dran, ich spiele trotzdem auf dem PC, also nicht denken, ich spiele auf der Switch oder so, dass es wirklich auf dem PC spielt, so, dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Kill, müsste jetzt eigentlich Kill Nummer, ja, 6 sein, ja, der ging mir ein bisschen um den Keks, er hat gebaut und gebaut und gebaut, aber, ihr wisst ja, ich bin nicht mehr ängstlich, ich gehe trotzdem hin, ah, ich glaube, hier kommt er dann rechts hoch, ja, zack, und abwart, das war Kill Nummer 6, so, dann kommen zwei schnelle Kills hintereinander, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein Like da lassen, ist nicht viel Arbeit dahinter, es ist halt einfach nur Gameplay, ich sage immer wieder, eure Aufrufzahlen sind wirklich krank, euer Support ist krank, in Anführungszeichen mache ich gar nichts, ich spiele nur ein bisschen Fortnite, ja, Sache, die gute alte Scar ist immer noch Highlight, so, das war jetzt Kill Nummer 7, ja, stimmt, da unten war noch einer, ja, er macht den Klassischen Fehler, zack, und, ja, Achtung, woran stirbt er, richtig, an der Stinkbombe, armer Kerl, so, dann haben wir schon acht Kills, jetzt gehen wir direkt mal zum neunten über, ah, hier kann ich mich nicht mehr dran erinnern, obwohl ich erst gestern Abend erspült habe, ah ja, das war glaube ich so Kategorie Bot, seht ihr meinen Power Aim, da war der Waschbrett-Bot, auch, ihr seht es oben links, Waschbrett-Bot 0,1, falls du ein richtiger Spieler warst, es tut mir leid, so, der zweite Kill kommt auch direkt schon hinterher, zack, müsste eigentlich hier sein, ach ja, das war der schöne Kill, warte mal, den muss ich nochmal zeigen, das war so ein schöner Headshot, was ein Headshot, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich war hier unten mit dem beschäftigt, und jetzt passt auf, was passiert, von links kommt der glaube ich, warte, ah, ah, da kommt er, da habe ich mir auch gesagt, hä, was hat er vor, alles klar, zack, Headshot, ganz easy, so, das war dann Kill Nummer 10, da dachte ich schon, hm, ist eine gute Runde, aber am Ende, ihr kennt mich, zweiter Platz, ist so mein beliebtester Platz, so, dann haben wir nämlich nur noch zwei Kills, und das ist dann auch gleichzeitig, quasi, das Ende, lasst euch nicht verwirren, von den Kill-Anzeigen, das ist immer, wenn du überhaupt zum nächsten Kill rüber gehst, ja, das hier habe ich mitgebaut, mit dem hier, das war ein bisschen nervig, der Kampf, also ganz im Ernst, der hat übelst genervt, zack, aber einfach drauf, Heierabend, er hätte mich zwar genauso nehmen können, aber, ihr habt es ja gesehen, er wollte es dann wissen, aber, der Stinkbogen, ohne Quatsch, ich spiele den ja eigentlich nie, also Stinkbogen ist schon nicht schlecht, er kann wirklich nerven sein, zum Verteidigen ist er eigentlich ziemlich simpel, du gehst einfach einen Schritt nach hinten, und das war es eigentlich, aber, mal gucken, wie ich ihn ja als letztes geholt habe, das ist nämlich ein besonderes Ende, von mir eigentlich total unerwartet, ich weiß jetzt schon, wer ist im Livestream passiert, und irgendeiner hätte gesagt, komm, wenn du einen Kill machst, dann kriegst du einen Euro, oder keine Ahnung, aber, seht gleich selber, wie das Match endet, ich war auch ein bisschen stolz auf mich, sage ich ganz ehrlich, so, ihr seht schon, das ist kein Bot, aber man sieht schon, man muss nicht immer bauen können, wie ein Weltmeister, ja, da habe ich einfach nur die Wand gehalten, aber da hatte ich auch Glück, ihr seht jetzt einfach selber, was passiert, da, bis ich mich mal umgedreht hatte, so, das hier war eigentlich nicht geplant, und dann habe ich mir gedacht, scheiße, scheiße, ach, weißt du was, hol einfach den Sieg mit der Packaxe, einfach mit der Packaxe zugeschlagen, und so den epischen Sieg holt, mit 12 Kills, wie ihr seht, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne Like da lassen, wenn noch kein Abonnent ist, gerne natürlich auch ein Abo raushauen, und anderen meiner Abonnenten, natürlich nochmal, vielen, vielen Dank für den ganzen Support, ich sage ja, wie viele Skins ihr mir schon geschenkt habt, Geld donatet, Mitgliedschaft, da ein Like, da ein Kommentar, danke, danke, auch für die ganzen neuen, netten Kommentar, die ich da und jetzt bekomme, also wirklich, ich kann immer wieder nur Danke, Danke, Danke sagen, und in dem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video, euch noch viel Spaß beim Leveln, die neue Season steht schon fast vor der Tür, dauert zwar noch drei Wochen, aber wir wissen selber, wie schnell die Zeit rennt, und in dem Sinne, haut rein! Deine Deus Deine 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 Vielen Dank.